Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu Deadpool! Und nicht wundern, wenn jetzt hier irgendwelche Zahlen hier, die DP-Points, also die Deadpool-Punkte, wenn die etwas anders aussehen sollten... Ähm, ich musste... Ich musste nochmal komplett vom... Also an bestimmten Stellen vom vorne... Wieso leuchtet denn das da so komisch? Seht ihr das? Das glitzert so, da. Achso, das sind kleine... Alles klar. Ne, ich musste an bestimmten Stellen, musste ich nochmal von vorne anfangen, weil als ich weiterspielen wollte, ähm, bin ich hier irgendwo verreckt und musste wirklich von ganz weit vorne irgendwo wieder anfangen. Und da habe ich jetzt einfach mal hier die... Oh, steht schon... Entschuldigung. Stimme weg. Steht schon wieder da. Hier, neue Verbesserung verfügbar. Ich habe jetzt einfach mal den Schaden erhöht von den Hammer-Dingern, weil die sind gar nicht mal so schlecht gegen die großen Kerle und auch gegen dieses grüne Monster, wie ihr in der letzten Folge sehen konntet. So! Und hier, was ich auch nicht schlecht finde, hier... Mehr Energie. Ne, Energie. Doch, ja. Mehr. Achso. Ah, mehr Energie. Mehr Energie. Ja, alles klar. Mehr Energie mit drei Ausrufezeichen. 30 Prozent. Und das hier ist geil. Energie! Und da unten die... Okay, alles klar. Ne, mal sehen, vielleicht... Kann ich das hier... Ja, okay, jetzt darf ich nicht... Hier, genau hier habe ich verkackt. Ich weiß nicht, warum. Oh, es ruckelt. Das kommt schon. Jawohl. Sehr gut. So, ich nehme jetzt erstmal wieder die Katanas. Ich weiß gar nicht, sollte ich die Size eigentlich auch mal aufmutzen? Ich weiß gar nicht. Entschuldigung! Warum mache ich das? Weil ich dir das befohlen habe. Toll, ausgerechnet hier speichert der. Ich hätte bloß ein Stückchen weiter vorlaufen müssen. Aber nein, Echo, nein. Okay. Dann machen wir einfach weiter. An dieser Stelle. An dieser Stelle. So, wo genau muss man lang? Okay, wir müssen da lang. Da lang. Weiter lang. Irgendwie ist meine Stimme gar nicht so heute. Mal wieder. Hä? Ich fühle mich, dass wir einen typischen Zeichen brauchen, das sagt, »Sinister this way«, »Sinister this way«. Du denkst, es wird das echte Deal dieses Mal, wenn wir ihn finden? Es besser sein. Die Schöne sind ziemlich alt. Auch für High Moon. Hm, das stimmt wohl. Oh, die haben mich noch nicht gesehen. Die haben mich noch nicht gesehen. Oh, das war knapp. Na, komm schon. Und... Hallo? Bäm! Ach, Mist. Weiß, wo du schon Schild halten? Ja, da ist ein großer. Oh, fuck. Das ist schwer! Komm schon! Yeah! Ha, ha, ha! Alter, geh mir nicht auf den Sack hier, du Vogel! Oh, shiny! Höh! Mal ein bisschen in Deckung gehen hier. So. Huh! Huh, 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 ich mach das Mikro an. Ja, doch, ich hab's an. Ja, gut. Jetzt hab ich geschwitzt. So, der Dicke ist schon mal weg. Und die haben auch ne dicke Knarre. Hallo? Ach, halte. Können wir mit der springen? Ne, können wir nicht. Scheiße. Aber vielleicht... Was ist denn das für ne Waffe? Alter! Wir können nicht springen, ich kann die nicht weiter benutzen. Fuck! Nenn mich mal weiter die Hammer! Hammer Man! Hammer! Hammer Man! Eigentlich sind die gar nicht mal so schlechte Teile. Es sind zwar scheiße langsam, aber... ...die haben doch ganz schön Bums! Und dann gab es keinen mehr! Deadpool, du sagst es. So, ich glaube, da müssen wir lang. Aber hier sind es... Oh, Punkte. Yeah. So, wie viel... Ach se, das habe ich jetzt auch schon verbessert. Schaden. Gegner bluten. Was haben wir hier? Hier ist Momentum. Halte für zusätzlichen Schaden. Neue Kombo. Neuer Konter. Du brauchst Kohlekumpel. Scheiße. So, was hat das hier gekostet? Das kostet 80.000. Okay, so weit spare ich jetzt mal noch. Weil, wie gesagt, diese Hammer-Teile... Das Geschnatter von Dummköpfen. Erledigen wir sie. Just need to clear my head. Yeah. Die Hammer-Teile sind ja gar nicht mal so schlecht. Die haben ordentlich... Bums. Schwupp, schwupp. Oh, hier vorne ist einer. Kann ich mich irgendwie anschleichen? Hallo? Ja, das sieht gut aus. Hallo? Hallo? Ich werde immer diesen Moment erinnern. Ich werde mich noch nehmen. Wo ist das? Hole in one? Nee, hole... Wie heißt das? Irgendwie so ähnlich, oder? Ich kenne mich mit Golfen nicht so richtig aus, aber... Ich glaube, hole in one nennt man das. Dächtig. Schwupp, wieso verschwinden? Ah, hier sind mehrere, die wir so platt machen können. Hm. Hallo. Eins, zwei und BAM! Geil. Das ist noch einer? Wo? Der dreht sich nur ins Wohin, oder wie? Ich meine, wirklich? Ich will diese Schießheilnis da. Aua! Das kommt schon. BAM! Ha! Mach hin! Hallo? Aua! Mein Kompos, weg! Oh, oh. Oh, oh. Oh, der hat gesessen, glaube ich. So, jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen schützen, hier. Ähm, hallo? Oh, der sieht mich gerade nicht. Irgendwie. Kann ich mich da anschleichen? Ne, kann ich nicht, schade. What the hell? Ja, das ist die Hölle, da hast du recht. Also, was zur Hölle, das ist die Hölle, so und so weiter, ne? Ach, ihr Leute da draußen versteht mich bestimmt schon. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, wo müssen wir denn langen? Hier runter, glaube ich, eher weniger. Es könnte sein, dass wir hier rüber müssen. Oh, Punkte. Punkte, 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 punkte. So, wie gesagt, auf jeden Fall würde ich den Schaden der Hammers etwas erhöhen. Weil die doch nützlich sind. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 3 Millionen Mal gesagt, mindestens. Hoh! Oh oh Oh, da oben sind Punkte Silberne sogar Ja, dann mach das doch mal Ich hab das noch nie gehört Alter Na los, komm schon, yeah Ow, that hurts, motherfucker Yeah, das war cool, aber Hat leider nicht so viel gebracht, wie es aussieht Yeah, Punkte Okay, wir können gleich den Schaden erhöhen Gleich, meine ich, gleich Obwohl, ich kann eigentlich jetzt schon machen, oder? Das, komm schon Ja, BAM Jetzt wird bloß noch das hier Kostet 150.000, was? Alter, zu viel? Ah Oh oh Nein Oh Oh Because I don't know I don't know I don't know Aber die Hammer sind, glaube ich, trotzdem aufgefrischt, oder? Jawohl, ja Jawohl, ja Jetzt gibt's eine auf der Schnauze, Junge Au Ja, oder Ich hab nicht gesagt, für wen Aber trotzdem Das sieht schon Boah Oh, wenn ihr so viel auf einmal Hallo Oh Oh, ich muss erst mal weg, ey Ey, da gibt's Punkte Hä, ich kann die Punkte immer wieder einsammeln? Was ist das denn? Wow Wow, kommst du denn, ja? Und schau mal auf der Schnauze auf dem Schnauze Das ist Major League Talent, genau da Hä? Oh, ich muss es warten Oh, ich muss es warten Oh, da kann die Robo springen Oh, das war knapp Oh, hu 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 Ah, die nerven, ey Komm schon Komm schon Deadpool Smash Ja, das hast du vorhin schon mal erwähnt, aber Dann sag es doch einfach mal Chimichanga, Chimichanga, Chimichanga Oder wie That's heavy shit, man Motherfucker Oh, die sind gerade leicht verwirrt Oh, Ruckel Au Alter Der geht mir auf den Sack da hier, der Schütze hier Ja, ja, komm mal ins Maul Au Jetzt sind wir runter, wie die Katahna Ya, Kataha, der aishan Boire Auf Nahn Na 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 Ja Ja Komm, ja Was, was heißt Du, erst mal ausgelöscht, Wuhl Da 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 Na 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 an einem anderen Aua hey jetzt doch genug gekauft wer sich verstanden hat ich habe gesagt doch noch geschafft weiter geht weiter geht okay ne katana ist erstmal so hallo 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 oh der hat mich noch nicht gesehen was sind das für ein Idiot äh da hast du was bitte au no way das gibt es doch nicht ey das ist unfair das ist ja gut wo hat er jetzt gespeichert nein äh 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 ja äh das ist so dämlich alles komm her du fette stück scheiße äh ich kann schon nur die Punkte einsammeln was war denn das jetzt au jetzt stirb doch endlich ich kacke hier schon wieder öh boah was übelste ab ey ich hab Spaß daran ich hab Spaß daran also ähm vor allem hier die hier die nerven die joh get ready to taste death and it's one bitter kitten haha nix mit haha ich geb dir gleich haha ich bin schon immer noch wütend wie in der letzten folge muaaaa jaja komm mal ins Maul hihihi uhuhuhu hihihi das kitzelt it's tickling mach du mal der da hinten na alter komm schon Deadpool hier sind doch hier sind Punkte da sind Punkte 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 STIRB hu hu k hihihi 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 jetzt gibt's saures wo bist du hihihi 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 hohe durchschlagskraft gewalt ist immer eine lösung hohe durchschlagskraft gewalt ist immer eine lösung oh da war einer ja hallo hallo ah da versteckst du dich ja versteckst du dich da ja na komm mal hier äh was da gibt's jetzt Abo wat das hier ist alle oh dit hab ich ja jarnisch gesehn so jetzt aber schnauze hier oh ich hab schon wieder leicht überzogen ja bullets toll ich hab schon wieder leicht überzogen das heißt ich mach jetzt hier eine kleine Aufnahme äh nicht Aufnahme also für diese für den Part wird jetzt hier eine Pause gemacht und oh Entschuldigung und dann sage ich bis zum nächsten Mal haut rein und Tschüssikowski auf jeden Fall und so weiter und auf jeden Fall Tschüssi